Fantastisch! Warum es bei uns im Christentum ein, äh, hoher Feiertag ist, wenn ihr das wisst, Leute, schreibt's mir in die Kommentare rein, es würde mich mal interessieren, wie viele von euch das denn tatsächlich auch wissen, warum wir denn diesen Tag überhaupt feiern, ja, das würde mich mal wirklich interessieren, so, aber zurück zu Clash of Clans, wir wollen natürlich mal jetzt schauen, was wir heute machen, ich habe auch schon eine Idee, denn heute ist eigentlich im Grunde der erste Tag, wo wir wirklich mal unsere Maxed Barge, äh, Armee mal ausprobieren können, ich hab ja durch die Champions-Jagd im Grunde die Barge-Sachen überhaupt nicht benutzen können, gestern zumindest mal angefangen, ein bisschen zu batschen, aber jetzt mal heute, im Grunde der erste Tag, wo ich's mal ausprobieren, ihr seht da schon, ich hab meine 2000 Juwelen geholt, plus die 200 für den, äh, für den Feuerlöscher und hab einfach mal alles geboostet, ich hab erstmal alle Kasernen, äh, alle, alle Sammler und Minen geboostet, einfach mal so, um das mal zu testen, danach werd ich's aber nicht verlängern, äh, die Bora hab ich auch mal geboostet und ja, hab meine Königin endlich starten können, auf Level 19 und ja, so wie sieht das aus, und ich würd sagen, wir suchen auf jeden Fall mal dann geh ich nach raus, den wir mal, und vornehmen können, oh, hier, Angriff, oh, jetzt bin ich mal gespannt, wenn er schon schreibt, okay, ja, okay, okay, das ist natürlich eine Base, ja, das ist auch Barge, jetzt sehen wir mal Barge Level 6 und dann sehen wir gleich Barge Level 7, ähm, was ich wirklich sagen muss, was mir wirklich äußerlich sehr gut gefällt, natürlich an Barge Level 7 sind die Barbaren, die Barbaren, finde ich, sehen super aus bei Barge Level 7, vor allem durch, durch ihre, durch ihren Kopf, diese haben so diesen, diesen, diesen Gold, diesen, diesen, diesen gelben Goldschein da drin, und das finde ich, macht schon was her, ja, was hat er denn, Level 13 Königin, äh, jetzt hat er noch einen Wutzauber, einen Blitzauber, bin ich mal gespannt, und einen Sprung, einen Sprungsauber hat er noch, einen Sprungsauber hat er da hingesetzt, jetzt hüpfen sie da rein, mehr oder, mehr oder weniger, hat er, das, hat er das jetzt gefällt, oder hat er das jetzt wirklich geholt, das ist so ne, das ist jetzt so ne Frage, ne, hat er das, hat er das jetzt wirklich geholt, oder hat er da jetzt gar nichts geholt, noch hat er nämlich nix, großartig, ja, jetzt holt er sie noch ein bisschen Gold, die Königin lebt jetzt gleich, nämlich, äh, doch, jetzt hat sie gezündet, jetzt wird sie weiterleben, wie Jesus Christus, da, solche, das blitzt da noch, na, okay, das war eher, so, ich würde eher sagen, so semi, semi gut, würde ich das mal bezeichnen, und wir müssen mal gucken, was ich sonst an Bauprojekten überhaupt in meiner Base machen kann, also, ein, also der Bohrer ist auch auf Max jetzt, endlich, alle, alle drei Bohrer sind jetzt auf Maximum, das ist schon mal ganz wichtig, äh, was ich natürlich gerne noch weiter ausbauen würde, erst mal hier den Kollegen Magiaturm, wenn er fertig wird, das heißt, Magiaturm wäre dann auch auf 8, dann wären die drei fertig, und danach würde ich mich dann mal um die Minenwerfer kümmern, wie viel dauern die, äh, wie lange, 10 Tage, das geht ja sogar noch, wie lange dauert er hier, auch 10 Tage, ich glaube, die dauern jetzt mittlerweile dann alle 10, ich denke mal, außer der Turm, ja, der dauert ein bisschen weniger, weil wir ihn ja noch auf 13 verbessern können, das wird bei den Kanonen, denke ich mal, ähnlich sein, ah, ich dauern sogar nur 6 Tage, auch nicht schlecht, so, ich suche jetzt mal eben, gehe ich noch raus, ich bin ja immer noch relativ hoch, eigentlich, ja, im Grunde viel zu hoch, um überhaupt irgendwie gescheiten Loot zu bekommen, ich bin ja noch in Meister 3, und, ja, hier liegt der Loot ja nun wirklich nicht auf der Straße, liebe Leute, sondern, ja, der ist ein bisschen schwieriger zu bekommen, irgendwie, also, wenn, wenn man mal ab und zu eine richtige Armee hätte, dann findet man auch, nach einer Zeit suchen, mal einen richtig guten Gegner, der die, ja, die, sag ich mal, die Lager voll hat, aber mit Barge willst du ja jemanden finden, der die Sammler voll hat, der die, der die Minen und Sammler voll hat, und das ist halt hier, das ist so geil, bei Plunder Pirates, wenn ich Plunder Pirates spiele, dann suche ich ungefähr, eine Minute, nein, eine Minute nicht mal, 20 Sekunden, ich suche 20 Sekunden, dann ist die Sache gegessen, dann hast du einen gefunden, also, ich weiß nicht, ob wir das System da nochmal umstellen werden, ähm, ist natürlich für den Suchenden relativ geil, weil du ja wirklich, du musst ja gar nicht so großartig suchen, aber ich würde sagen, ich mache an der Stelle mal eben einen kleinen Cut, damit ihr mir jetzt nicht zu lange jetzt hier noch rumlabern und noch, ihr seht, wie ich jetzt hier ultra lange mich mit der Gegnersuche aufhalte und solche Basis hier finde von Mega Asia, oder Mega Asia, ja, dann würde ich sagen, bis gleich, Leute. Okay, hier habe ich einen gefunden, ähm, den ich normalerweise eigentlich nicht angreifen würde, allerdings, ihr seht es, er hat 3114 Dunkles und ihr seht es, die Bohrer sind rappelvoll und das ist eigentlich schon ein Grund, ja, ihn anzugreifen, er hat überall noch die Grabsteine stehen, ich weiß nicht genau, ob er die einfach so stehen gelassen hat, ja, um mich hier zu verwirren, ja, hat er, hat er gemacht, okay, da kommen jetzt auf jeden Fall, ja, kommen Sachen raus, Scheiße, da kommen noch, äh, kommen Ballons aus der Klarenburg, das will man natürlich immer vermeiden, wenn es irgendwie geht, oh, die sind auch so langsam, ne, ja, egal, ich will eigentlich jetzt nur das Dunkle mir eben holen, möglichst, ja, wie gesagt, Pokale, scheißegal, warte mal, ich muss mal ein bisschen rauszoomen, sonst, sonst geht das mal gar nicht, naja, komm, 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 kriegen wir die halbwegs gescheit kaputt, ach, ich muss doch wieder reinzoomen, das ist so nervig am PC, ne, du musst immer mit den, du musst mit den Tasten immer zoomen, ah, jetzt gehen die schon wieder, das ist auch wieder so eine, so eine KI-Sache, die gehen wieder weg von den Klantruppen, obwohl sie ja eigentlich, ja, die Klantruppen noch kaputt machen sollten, gehen sie dann schon weg, na egal, oh, jetzt haben sie sich schon einiges geholt, ihr seht das jetzt schon, jetzt haben wir schon einiges bekommen, so, meine Maus, ey, da muss ich euch auch noch eine richtig lustige Geschichte erzählen, was mit meiner richtigen, normalen Computer-Maus passiert ist, nein, falsch gesetzt, scheiße, ich wollte die gar nicht, so wie Marbuel, Marbuel setzt immer erst die Barbar-, äh, erst mal die Bogenschützen und dann die Barbaren, das finde ich auch so ein bisschen komisch, aber wir kennen ihn ja, wir kennen und schätzen ja unseren lieben Kollegen Marbuel, ich finde das auch immer so komisch, wenn die Leute sagen, so, ey, Marbuel, du greifst so scheiße an, ja, aber ist doch egal, ich finde das ja eher lustig, wenn er, wenn er da angreift und es ist einfach nur total, total witzig, dann finde ich das, ich weiß nicht, zum, 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 zum Zuschauen ist das doch einfach viel geiler, wenn du so einen hast wie Marbuel, der da einfach so ein bisschen, ähm, ja, unkonventionell mal angreift, als wenn du immer einen hast, der die, der die Truppen alle jetzt wirklich perfekt setzt, weißte, so, tun wir uns noch ein bisschen mehr, ein, er hat dann noch einen, äh, wie ich es auch gerne, der Inferno-Turm stehen in der Mitte, zwei sogar, auf Single gestellt, so, jetzt muss ich hier aber an dieser Stelle mal meinen König vorschicken, weil mein König jetzt mal eben tanken muss, ich will nämlich noch den, ich würde gerne noch das hier mitnehmen, was hier drin ist, so, ah, ich habe auch noch Clan-Truppen, also da an der Front, nein, es geht ja da rüber, okay, egal, schnappen wir uns mal eben noch hier die Minen und Sammler, oh, wir kriegen sogar richtig viel noch da raus, ne, gar nicht mal so schlecht, oh, die, ah, wir haben den Bonus noch bekommen, ist das geil oder ist das geil? Wo hat er denn noch was? Da oben hat er noch was? Ja, die Clan-Truppskis könnte ich auch noch eben setzen eigentlich, aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt noch was bringt, ich weiß nicht genau, weil ich nur in der Clan-Bug drin habe. Barbaren, 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 Bogenschützen, Bogenschützen, komm, 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 oh, da kommt der X-Bogen, das wird, das wird nichts mehr, aber egal, oder, oder, oder kriegen sie noch ein bisschen was wenigstens, wenn sie noch den Turm kaputt kriegen würden, könnte ich noch ein bisschen was von dem, komm, holt euch noch was, holt euch noch was, holt euch noch was, wenn es nur ein bisschen ist, ist doch egal, noch ein bisschen noch, wenn es nur 200 oder 300 sind, ist egal, ja, schönes Ding, schön, haben wir noch ein bisschen was gekriegt, ja, das hat sich doch echt mal gelohnt, oder, der Angriff, ich lasse ihn jetzt mal durchlaufen, 3, 2, 1, und es ist vorbei, Bang, Tidy, oder Tidy, 2378 Dunkles, 167.000, und der Bonus wird mir wie immer nicht angezeigt, Chapeau Supercell, Chapeau, ich habe übrigens gestern gesehen, dass mir Supercell auf Twitter folgt, ich bin ja bei Twitter ehrlich gesagt sehr inaktiv, muss ich, muss ich gestehen, Matthias hat überhaupt keinen Plan von Twitter, ich glaube, der hat sich noch nicht ein einziges Mal in unser Konto eingeloggt, und da habe ich gestern einfach mal gesehen, dass mir ja Supercell folgt, oder beziehungsweise Clash of Clans offizielle Kanal folgt, oh, Farmtruppen, wir können spenden, ich habe sogar auch wieder zwei Boots drin, für die beiden Kasernen, weil ich habe so lange schon nicht mehr die Kasernen richtig mit, 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 mit Bartstruppen gebootet, das meine ich jetzt hier zum Beispiel, seht ihr das? Hier, durch den, durch den goldenen Helm, ich finde, das sieht richtig geil aus, was richtig geil aussehen würde, in Kombination, ähm, vom, vom Design her, wir sehen das jetzt hier mal noch, wären die Fünfer Bogenschützen und die Siebener Barbaren, oder, Leute? Ich weiß es nicht genau, was sind, was sind, ist auch so eine Frage, die ich mir stelle, ne? Was ist eure Lieblingstruppe vom Aussehen her? Also, wenn man die, hier sieht man sie ja relativ detailliert in der, wenn man, wenn man es auf, wenn man es aufs Armeellager draufklickt, ich meine aber, wenn du das jetzt hier so von oben siehst, da siehst du die ja im Grunde nur so ganz klein, ich finde, da macht schon die, die Fünfer Bogenschützen macht da von den Bogenschützen schon am meisten her, ähm, gefolgt von der Siebener, die Siebener sieht auch ganz gut aus mit ihr, mit ihrem, mit ihrem Stirnband, ja, wir gucken mal, ey, was habe ich denn überhaupt noch einen Bonus bekommen? In der Meuchterliga habe ich bekommen 100, 100.000, 100.000 noch dabei und 500 Dunkles noch, also ist okay, also du farmst ja echt schon richtig viel Dunkles und in 3 Tagen und 12 Stunden, Leute, ist ja auch meine, äh, Valkyre auf 2. Das heißt, dann muss ich mal gucken, was ich mache, ich denke aber mal, ich werde erst den Frostzauber noch upgraden und danach den Sprungzauber und danach machen wir die Valkyre noch, oder? Machen wir die Valkyre noch auf 3 sofort und dann vielleicht nochmal den Golem auf 5 und dann, wie gesagt, beim Golem ist es wirklich minimal, ne? Beim Golem ist es einfach minimal, was da besser wird, da kann ich es mir noch erlauben, den nicht hochzumachen. Aber ansonsten, Valkyre, was hatte ich da gesagt? Wo ist denn hier die sexy, die sexy, die sexy Valkyre? Die sexy Valkyre ist hier. Da macht schon was aus, ne? Da macht schon was aus, ein bisschen mehr, was natürlich auch beim Frostzauber immer geil ist, ähm, sieht so wenig aus, wenn du, wenn du nur eine Sekunde hast, aber du musst mal überlegen, geht noch eine Sekunde drauf, geht noch, geht noch eine Sekunde drauf, dann, äh, macht da schon was aus, also was haben wir jetzt, was könnte ich sonst noch machen? Ja, den Lava-Hund, ne? Allerdings, Lava-Lunen habe ich zuletzt nicht mit angegriffen, war auch im Kleinkrieg immer so ein bisschen, naja, ich sag mal so ein bisschen Fail von allen, die das benutzt haben. Zumindest, zumindest die das benutzt haben gegen eine gleichstarke oder etwas bessere Base, also schwierig, schwierig, schwierig. Da muss man schon wirklich Larky 6 haben und dann die, den Hund auf, den Hund auf 3 und dann vor allem, was bei Lava-Lunen dann ganz wichtig ist, vor allem, wenn du noch einen Golem dabei nehmen solltest, für die Luftabwehr frühzeitig ausschalten willst, Helden, die Helden müssen wirklich hoch sein, das ist bei mir nicht der Fall, die sind dann auf 19 und auf 16, also die Helden, die müssen schon richtig hoch sein, desto höher die Helden sind, desto besser natürlich, weil die dann richtig viel tanken können und natürlich dann auch möglichst viel Luftabwehr und außenstehende, äh, Verteidigung noch kaputt machen können, das macht schon was aus. Also wenn ich die ganzen, wenn ich die ganzen Lava-Lunen-Tutorials sehe bei YouTube, dann denke ich mir auch so, ja, Junge, du hast auch 40er-Helden, ist ja klar, dass du da mit, äh, deinen 40er-Helden schon die halbe Base erstmal kaputt machst, bevor du überhaupt den ersten gesetzt hast, ne. Na gut. Dann würde ich sagen, oh, übrigens, noch mal ganz wichtig, weil ich eben noch drauf angesprochen wurde, der Account-Tausch war natürlich ein April-Scherz, ne, Leute, nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht, das war nur ein Scherz am 1. April, ne. Also Leute, nicht falsch verstehen, die Accounts werden natürlich nicht getauscht und, ähm, ja, Neuerungen, komm, nächste Woche kommt noch was Neues, also seid da auf jeden Fall auf der Hut, um 17 Uhr gibt's noch eine Folge, macht's gut, bis dahin, danke fürs Zuschauen, tschüss. Bis zum nächsten Mal.